Kommt hoch, Jungs, wir sind SVE, Mathe, gehen weg, es tut echt saubig. Zwei Jahre lang waren wir der SVE, das beste Team der Welt, ihr seid echt okay. Kommt hoch, Jungs, wir sind SVE, Mathe, gehen weg, es tut echt saubig. Zwei Jahre lang waren wir der SVE, das beste Team der Welt, ihr seid echt okay. Nummer 1 auf seinen Tiefen, keine Frage, unser Himmel, unser Team, das gibt keiner, nur er ist der Berühmte. Reflexig wie ne Katze, sicher unter seiner Latte, also hebt nur auf Gläser, der Vater aller Beter. Die Nummer 1 sind der Bär, unsere Friere, der Partyshare, wartet auf die Stürmer, wie ein Neger mit Gewehr. Sollten alle wissen, denke ich über dazwischen, die Gegner sehen ihn dicken und fangen an, sich halt zu pissen. Unsere Nummer 1, der beste Kämpfer der Welt, Scherpe, der ist der Gefahr entgegenstellt. Donner vor, macht der Alarm, bricht sich zwar den Namen, drauf, die Rinder waren, ohne Energie zu sparen. Und so kommen wir zu Paul, der mit der Nummer 3 deckt den Westen der Gegner, seine Schüssel wie ein Palt. Zerrum hier, zerrum da, okay, das ist sein erstes Jahr, dazu muss man sagen, dass er mit der Beste war. Wir haben auch eine 2, Marcel ist mit dabei, für ihn sind sie alle nicht nur Stürmervogel frei. Der spielt nen Doppelpass, wenn er grad nicht zu decken hat, ein Tor gegen das Wunder, der zieht einfach mal ab. Die 5, unser Heinemann, macht den Gegner Beinemann, manchmal rastet er aus, nimmt ihn an die Leine, Mann. Hätten manchmal Herzinfarkt, aber meistens ist er einfach stark. Er ist unser Ballermann, mit dem man sich mehr klacken kann. Wir haben den Elfmeter, die 7 steht da, will er, macht ihn rein, keine Frage, das ist klar. Er ist der 10er, der Kopf dieser Mannschaft, der schnellste Intim und ein Teil der Verwandtschaft. Einer darf nicht fehlen, das ist unser Kapitän, die Nummer 9, unser Schatz, das kann nur Sören übernehmen. Und er kommt wohl ungeheuer, der Lenker an dem Steuer, und wenn es wieder brennt, löscht er locker jenes Feuer. Er hat nen linken Hammer, statt wie Herkules, er leert euch das Hüften, weil er hart zu fällst. Das ist Fergie, mit der 10 kann jede Rolle übernehmen, auf Tank oder Mauer, er wird alles überstehen. Wir kriegen dieses Nummer 18, auf Grabisch müsst ihr 8 geben, nur mit täglich neuen Schuhen kann er richtig abgehen. Der Style, Kopf des Jahres, dass die Florejagd nicht startet, gut so, weil man bei ihm auf die Tore nicht so lange warten. Töne 6, die hat Laufstärke, Meister am Ball, auch manchmal lässt er ihn liegen, ist nicht schlimm, auf keinen Fall. Matze, unser Bulle, 10 Minuten, Marsch, sie Runde, die Linie rauf und runter, seine Gegner gehen unter. Mit dem kann es nur Stress geben, unsere Nummer 16, unser Stimmungsmacher, und da kann man mir ruhig recht geben. Mit dem kann man abgehen, beim Streit sollte man nachgehen, ein König hier im Nachtleben, auf alles lieber abgeben. Wir haben da auch einen, der versetzt hat von strotzt, die 13, Paul Becker, der kämpft, bis er kotzt. Wacht das Futter aus, versucht sich zu verteidigen, dann geht er lieber raus, sonst wird er noch beleidigend. Da die Nummer 12, unser Terriori, Kopfball, so wie Klose, das ist unser Fidi. Leider spielt er nicht so oft, doch wenn er kommt, dann kann er's doch, denn er kommt schon erst im Spiel, der Junge kann's auch reazieren. Flo, die Nummer 8, unser Moviemaker, er ist zwar verletzt, noch an der Seite steht da. Brauchen seinen Schuss, seine Lust am Spiel, eine Kämpfernatur, mit ihm geht's schneller zum Ziel. Die 17-Jetztische geht mit jeder in die Kiste, Fußballspielen kann auch, das wissen alle und das siehst du. Doch so, leider, selten, doch das lasse ich so gelten jetzt, das ist ein guter Junge, der mit der Bodenwuppe. Ich sage nur, Kreuzfahrt in Berlin von heute an, die Nummer 20 ist wir, der Leutnant. Wir lieben seinen Einsatz, für diese Liga reicht das, einer, den man braucht, der Junge, der zeigt was. Wer anguckt uns raus, so lang wie ein Hochhaus, Thorsten, der Prof, dem gilt es auch noch. Klaas ist am Start, das ist das Team, das war's, 2008 SV, ey. Und auch Dele und der Dieter sind absolute Sieger, der Jogi und der Hansi in der Notpass-Kreisliga. Keiner nicht raus, erster, da ist er, wer schmiss den Trainer raus, du drehst, die alter Bisser. Untertitelung des ZDF für funk, 2017